Hahaha, ich kann es nicht. Somebody once told me the word is on the road here. Er kann nicht so ein bisschen singen. Warte, ich kann ja auch nicht joinen. Was für ein Join? Fortnite hide and seek. Die Regeln lauten. Scheiß auf die scheiß Regeln. Dann gibt es halt nur eine Regel. Und die besagt, man soll dieses Video liken. Okay, Jungs. Wer suchst, du suchst, oder? Go, versteckt euch. Sagen wir bis 50 haben wir Zeit, oder? 2 Minuten. Ja, okay. Ich komme, ich komme. Warte, noch ganz kurz 20 Sekunden. 10, warte. Ich habe nicht zugehört. Kann ich kommen? Ja, ja, mach. Jetzt weiß ich, was er die ganze Zeit gemacht hat. Erstmal ein paar Hütchen setzen. Unter einem versteckt sich Maxi. Hier, ich markiere dir, wo heutzutage ist. Ich bin gerade da. Guck mal das hier, wo du bist, Miki. Ich bin gerade da, wo Maxi markiert, dass du bist. Bei der gelben Markierung. Ich wurde verarscht. Ich finde das nicht cool. Ey, ich habe dich nicht verarscht. Komm doch mal her. Ich auch nicht. Doch, hast du. Ich war gerade bei der Markierung, wie du gesagt hast. Das ist ein kleiner. Spät. Ey, Maxi kannst du. Oh, ich sehe einen kleinen No-Skin-Rent. Was? Da ist ein kleiner Noob, der rumrennt. Und es steht bei deinem pinken Laster. Mann, Mika, wie lange brauchst du? Not. Man, Tilted Towers ist zum wohl das beschissenste, was wir uns hätten aussuchen sollen. Mehr kann ich echt nicht für dich tun, Miki. Das ist halt einfach. Lass mich. Ich habe noch eine Dreiviertelstunde, um euch zu finden. Also, Mika hat gerade auf jeden Fall eine Schrofflente gezockt oder so. Nein. Ach, der trifft doch so oder so nicht. Du seid, als ob... Da seid ihr bestimmt unter einem von diesen Lügen, oder? Komm mal kaputt. Vielleicht ist da jemand drin. Ja, das ist... Ich kann es nicht brauchen. Ah, nein. Mann, Maxi ist dahinten. Ich wusste es nicht. Maxi ist dahinten. Schau mal, Alter! Hat er sich runtergeschossen? Ja. Was hat der gemacht? Er ist dumm. Ey. Ey, warum? Was hat... Holz, ich wusste nicht, dass du da drin bist. Ehrlich nicht. Ich dachte mir so, jetzt kommt er zu dir. Perfekt. Ich hab meine Ruhe. Nein. Ich hab gesagt, hau einfach mal einen von diesen Dingern kaputt. In dem einen warst du halt drin. Der ist immer noch bei der Markierung. Was für? Sehr ruhig, sehr ruhig. Bra! Ich zoome jetzt so nah ran wie geht, Alter. Er ist genau da! Ja! Als ob... Mann, guck doch! Ich glaub, ich weiß, wer ist. Du sprichst... Maxi? Bist du als der Hitman? Also, ich sehe, wir kommen zu. Ich wusste es, Alter. Töte mich! Wo bist du überhaupt wieder? Als ob der verschwunden ist! Würdest du mich verarschen? What the fuck is happening? Ich wusste es, Alter. Töte mich! Wer bist du überhaupt wieder? Als ob der verschwunden ist! Hey, Maxi, nicht rausgehen! Ja, er ist verschwunden. What the fuck is happening? Mann! Flieg weiter! Oho, danke! Miki! Willst du mich abschießen, oder was? Ich läuft hinterher, Alter. Du siehst aus wie meine Toilette, hier in dem Pimpel. Du siehst aus wie meine Toilette, das ist auch mal ein Kompliment. Oh, ein... Daaaaaaaa! Er küsst mich selber! Hä? Wie? Miki, du hast einen Job! Ahiiii, nach der Seite. Er stirbt sogar, wenn er keine Gegner hat! Ahhhh. Als ob du immer verschwindest, Mann! Wer? Ich? Ne, Maxi! Er ist direkt unter mir! Du verkackst es halt einfach mit ihm! Ich weiß nicht! Was ist denn diese Kackkiste hier? Ich geh dann mal wieder, ne? Maxi, komm zu mir! Hi! Nein! Nein! What the fuck? Was?! Ich hab das Gefühl, das ist voll Mobbing! Oh! Nein! Nein! Wollen wir gleich mal den Finger ändern? Ich konnte nicht anders durch! Was hast du gemacht? Ich hab mit der Falle geduldet! Ja, was macht ihr da? Ja! Are you fucking kidding me? Das holt sie! Was macht der da? Er hat zu viel Material! Kann mir jemand ne Waffe leihen? Er baut gleich jetzt nen fetten Turm! Ich? Ich hoffe, er schießt nicht runter! Ne, ist so... Ich hab keine Munition! Kann mir jemand ne Waffe leihen? Kann nicht umbringen! Warte! Kann nicht umbringen! Ich hab mir schon gedacht, dass sowas passiert! Irgendwie nicht so das Gefühl, dass uns Mika jemals finden wird! Ja! Ich mein... Offensichtlich geht der wohl echt nicht mehr! Komm, ich bau dir Deckung! Ich bin sogar runtergefallen! Ich bin sogar runtergefallen! Ich bin sogar runtergefallen! Immer wieder gern! Ah! Ja! Oh! Ich bin so gut, ey! Mika, du hast doch überlebt! Ja! Danke! Oh! Das ist gar nicht meine Falle! Hä? 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 Das ist die von Holzi! Hä? Warum schießt du mich ab? Achso! Hä? Warte, bin ich jetzt bei euch? Sind wir jetzt alle gegen Holzi? Ja! Da hinten! Das bin ich! Ich bin! Warte! Ich mach euch ein... Warte! Schau mal her! Hä? LOL! Okay! Das ist... Du's nicht! Nein! Ich wusste es! Ja, wir sind halt zu Ende, ja! Oh lol! Mann! Du bist so langweilig! Weißt du? Ich hab so'n tolles Besteck gehabt! Ich war als Pfusch in nem Laster drin! Waha! Ich hab das nicht abgeschossen! Es war Okami! Okami! Und ich dann schon salami! Und dann zu seiner Mami! LOL! Miki sieht grad bei mir richtig eklig aus! Ja, ich bin du! Jugo, du hast voll das verkrote Gesicht in den Realize! Du schaust richtig eklig aus! Du schaust aus wie ich! Ich komm gleich! Den hol ich mir so lang in den Eis! Ihr werdet zu random! Also bis 50 haben wir, oder? Bis 50 haben wir! Ja! Dann hab ich noch Zeit, mein Eis zu essen! Was für'n Eis? Mit Eisgeschmack! Leute, gib dir mal, wo der Lama ist! Der Lama! Nee, nee, Dalai! Dalai, Lama! Ok! Ich bin... Ey! Miki! Ja! Dreh dich! Ich... Ich weiß, ob du einfach hier bist! Jetzt eh ich nicht! Hm! Na, kriegt ihr schon Angst? Ja, ich war noch nie so nervös! Also, ich... Ich seh ihn tatsächlich! Er war auch unter der Rampe! Als... Als ob wir ihn alle sehen! Ich hab grad Mini-Ball an! Hallo! Stop! Hä? Du darfst doch nicht spawnen, hätte ich gedacht, zum Weglaufen! Hä? Wie? Man darf nicht spawnen! Lass doch ruhig mit spawnen machen! Ich kann das eh bearbeiten von ihm! Ok, aber dann nur... Er wird, wo willst du hin? Rett, Miki! Rett, Miki! Ich bin nicht da! Ich weiß, dass du dran bist! Komm zu Daddy! Du hörst dich eher an wie mein Sohn! Ja, Mensch! Wo willst du denn hin? Wie? Wie? Was? Lass mich in Ruhe! Ich hör dich auf! Nein! Komm hier wieder her! Mann! Komm in mein Haus! Komm in mein Haus! Ich... Wo ist dein Haus? Päusche! Das ist mein Haus, ja! Oh oh! Oh oh, Mika! Ich sollte alle rumspringen! Ey, warte! Komm schon in mein Haus! Ich dachte, man darf nicht bauen! Das ist doch eigentlich voll dumm! Ja, dachte ich auch eben! Ich mein... Jetzt wird doch wieder übelst chaotisch! Die hat so bitte voll ins... Oh man! Das ist nicht cool! Noch lebt's schon! Warte! Warte! Nein! Oh... Wow! Also jetzt fühlt sich das schon eher nach richtigen Fortnite-Gameplay an! Ich versteck mich und hab Angst! Wir hatten hier überall so ganz schlecht fein platziert! Holzi! Wer ist denn hier in diesem Haus drin? Als ob Holzi jetzt auch tot ist! Ich bin der Letzte, ne? Das ist das Letzte! Wie war das mit Revolver?! Für dich! Und... Einen für dich! Du fühlst mich damit, oder? Ja! Oh! Ich hab nen Kill, Leute! Ich geh doch zu dir! Glaub mir halt nicht, okay? Nächstes Haus! Nächstes Haus! Weißt du, was ich immer noch krass finde? Dass du in Mikas Video... Äh... ...den Dingst! Also ihr habt beide den... ...den Automaten prediktet! Stimmt! Wir haben den übelst prediktet, den Automaten! Ich glaub, wenn du ihn kaputt machst... ...dann kommt doch noch eins raus! Alter! Wow! Als ob wo kam's denn, Mann? Wo bist denn da? Irgendwo in Bayern! Was machst du da? Das versteh ich nicht! Ich weiß es halt auch nicht! Nein! Hä? Als ob! Hä? Wo? Er war hier! Als ob er genau die Scheiße anschießt! Hier! In dem Laster war er drin! Und da war ne Schräge in dem Laster sozusagen! Ja! Lol! Der war unter der Schräge! Da wo du eigentlich die ganze Zeit warst! Das war mein Versteck am Anfang! Ja! Aber ich war nicht drin im Laster, sondern halt in so nem Versteck halt! Du hast da irgendeine Scheiße gebaut! Als du vor Maxi weggerannt bist und da hast du dich versteckt! Ja! Was? Wo? Ja! Ich hab... Ich pack das in meinen Titel! Maxify Fanpage oder was? Ich hab Maxify getwittert! Ja! Alois! Soo! Hat mir kippt! Ich hab auch die Bathe. Hier zu der comments dafür! Ich hab mir급! Ok?